So, was schweig ist? Machen wir noch mal kurz Guten Tag Na klar Na ja Na ja Machen wir mal wieder nach Hä? Machen wir mal Spannstens eine Viertelstunde Machen wir Schenk mir auch jetzt Schenk! Wer ist dein Team? Jo Das geht bis 50 dann oder? Jo Nein, bis 50 mal immer mehr Na ja uffschau Schau ich nach nach SRe Ich hoffe das jetzt das hoffs, aber ich mache bloß bis Hexens Uah! 25 Minuten Nein, 49 Hexen 49 Machen wir nicht mehr mit Weil wir alle nachoses Oder du stößt einfach Dann spielen wir uns einfach einen Slayer, ey. Er spielt normales Eder gegen jeden, das wo das Fugzeug ist. Äh, Fuggeräusche. Jaaaa! Geh mal Fuggeräusche. Das darf man es machen. Ja, ich mach es stellen. Achso? Jaaaa! Game over! Jaaaa! Jaaaa! Schau! Ja, warte, ja. Wir gehen hier hin. Ja, aber ein bisschen, wenn ich mir etwas schlägt. Ja, aber ein bisschen. Ja, wir gehen hier hin. Ja, wir gehen hier hin. Ja, ja. Ok. Vielen Dank. Ja, ich habe meinen Lohn gebraucht. Gut, er springt auch nichts weg von den Gehen. Das ist ja auch schlecht, wenn du das gemacht hast. Das ist so gut, weil das nur so gut ist. Das ist ja auch nicht der Platz in der Basis. Das ist der Benutzer. Das ist der Benutzer. Nice, Chewie. Nice one. Nice one. Nice one. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 11. 14. 14. 15. Bibi wird jetzt der Masse geprüft werden. Ja, ich schaff's nicht. So. Verstehen wir den Masse lieb, da weiß ich den Masse nicht. Masse, der lieb. Aber jetzt bin ich nur lieb. Soll ich es tatsächlich nicht mehr. Ich hätte ja nicht geglaubt, dass ich das jemals muss. Verstehen wir den Masse nicht. Ein Rufig. Dann kann ich es nicht mehr so tun. Ich weiß, ich habe einen Rufig in die Rufig. Ich kann es nur einen Rufig filmen. Er hat es nicht mehr so und du hast es nicht mehr so. Du hast einen Rufig. Du hast es nicht mehr so. Ich hab es nicht mehr so rum. Das ist so egal. So egal. Der andere Float, wo du's wegkennst, ist ja was. Ja, ich wurde uns wieder vongebrannt. Ich glaubte, wenn du's schaust mir oder will. Jaaa... Für, was will ich noch? Der Riedl, der Riedl, dass ich noch ab... ...und dann, der Riedl, der Riedl. Nice one! Ah, das stimmt. Dann bekämpft man sich wieder am Köln. Jaaa... Ich frage jetzt, ihr heute und ihr heute. Aber warum bin ich nicht? Hier, wo wir uns nicht kommen. Ich finde, wer ist da ein Köln. Jaaa... Ja, ich kann's gerne einen Schügel vernichten. Aber irgendwie, wer findet das? Schügel... Ich kann doch mal laufen. Es ist doch... 10 Mappes ist rein in den Nutzen, wie sie tun. Aber du nimmst ja den Mapp! Alter, nicht irgendwo. Ja, okay, das ist auch gut. ... Jägerer... Bitteschlecht! Jaaa... 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 Jägerer... Jaaa... Bitteschlecht! Ich bin aber immer stolz, wir nutzen diesen Gleck. Ja. 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 Dann muss ich nur nachfangen. Ah. Ja, schon. Das ist unwahr, oder? Das Spiel ist halt unfair. Ja, cool, ja cool. Das Spiel vorzum verdienen, aber ich weiß nicht. Ich suche nicht. Äh, ich würde mich noch auf. Ach so, jetzt wieder super. Ich würde mich nicht mehr davon aussehen. Das ist eine Reichweilung. Ich finde die Erreigung. Ich bin guter, dass wir hier sind. Ich bin guter. Ja, das ist ein Elliot. Ich bin guter. Bist du doch bochtest? Weißt du. Ja, ja, schau mal. Ich hoffe, der überhaupt nicht bocht. Nein. Das ist kein Bier. Das gibt's ja wohl nicht. Vor allem, weil irgendwer mit den Augen blüht. Ach, nö, fast nicht. Da muss ich gerade lachen. Danke, alte Kopf. Ich schiebe ihn dazu. Ich schiebe ihn mal, dass es nicht so ist. Ach, ich bin hier gekocht. Ach, ich brauche das hier. Das ist auch so gesund. Kennen wir das? Oh, nicht mehr. Jetzt ist eh gleich wieder Spaß. Zwei Mal Schrodi ins Maul. Das ist so gut. Einmal Schrodenkreiden, dann ist Röpfung. Jetzt hat sie dabei. Geh, jag, klinge. Ich weiß noch nicht mehr. Jetzt geht's ja überhaupt nicht ein bisschen durch. Ich dachte mir, die hätten den Ding gerade jetzt. Macht er? Nein, ich sieht das nicht. Die hat jetzt nicht. Oder ihr könntest. Du gehst mir. Von mir. Von mir. Und hier ist schon gleich weiter Da und da lacht wieder Und wir kommen heute wieder einmal im Schuss und da und wieder durch Ja, da kennt man halt ja die Sköls aus Ach ne, das ist schon mal einer, du Sau Das dauert nicht Gut, dann hörte ich halt auch Ah, aber das wär's, dass ich mit Schügel zum Billard fahren, weil du mit Billard fahren Ja, du musst Billard fahren Schügel Ich will Billard fahren Du willst Billard fahren Du willst Billard fahren Ich will Billard fahren Ich will fast zum Billard Genau Andere fahren zum Billard fahren Cool Nein, wir haben einen Kannst einen in einen Billard spülen Andere spülen Taschenbücher Ja Du zum Beispiel Ja, da sind wir oder was? Nein Du hast den Billard Okay, jetzt? Jede Kamera fahren Ja, gut Du kannst noch den Stecker lieber Kein Stecker Nein, das ist doch einmal nicht zu wert Du kannst doch lieber Bande spielen Ja, ich habe ihn mit Und wenn er jemanden nicht an die Stecker Das heißt